hallo und herzlich willkommen zurück zu die elterkreuz 5 skyrim und jetzt geht es erst mal zurück zur winterfeste zur akademie von winterfeste so rum ja ja bist du neu hier und guck skyrim gerne dann lass gern ein abo da ein like und auch auf jeden fall ein kommentar ich frage öfters mal nach irgendwelchen sachen in den folgen und würde mich halt freuen von dir zu lesen so jetzt müssen wir erst mal das buch abgeben die wiederherstellung genau die wiederherstellung das interessiert mich nicht madame weil ich muss ein buch abgeben warum verschwindet mein forschungsmaterial nur hier bin ich auf den keks mädchen und schon wieder muss ich höchst beleidigende nachrichten unter meinen persönlichen sachen finden so eine sauerei warum wo führt mich die quest hin staufen der ein wasser doch richtig okay ich musste der ein rein hoch und ich werde ihr scheint noch in einem stück zu sein und noch viel wichtiger das buch ist es auch danke abgeschlossen 30 gold seid ihr mit der übersetzung von wir konnten den letzten text entschlüsseln den ihr uns brachtet ich hielt es für das mindeste dieses wissen an euch weiter zu geben genau wiederherstellung für episode 31 warum nicht gibt es akademie angelegenheiten bei denen ich helfen kann es gibt noch mehr bücher die gerettet und dem akaneum untergebracht werden ich bin bereit für ein paar abenteuer an gefährlichen dingen bin ich nicht interessiert also gut ich habe euch den namen des letzten autos aufgeschrieben lasst euch nicht umbringen wir finden ein exemplar von der krieg des ersten hartes bis zum nächsten mal ich finde es halt schade dass man die nur stehen kann weil ich bin ihre erzmark hier ich darf ja alles mitnehmen so nein ja noch mal zu der errungenschaft zukunft ich habe die nicht ich habe die wirklich nicht dass ich der akademie von winterfest beigetreten bin und das ist höchst seltsam weil ich bin ja nun mittlerweile schon der erz magier wenn man es so sehen möchte was hat man jetzt für eine question habt daher oder was ist das hier finde ein exemplar schwindler festung sonnen macht okay das ist krass ne ehrlich das ist echt krass okay komm wir holen das buch wir gehen jetzt zur festung sonnen macht da dürfte uns ja nichts passieren und hey wieso sind hier wieder welche das sind diesmal abgeschworenen granat stein 30 ok also kommt doch immer mal wieder neue leute hierher das wusste ich nicht wo sind jetzt mal fährt 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 wir haben dich ja nicht umsonst also ich glaube ein festung sonnen macht müssen wir so so noch mal irgendwann rein so bereiten wir mal den sonnenuntergang entgegen oder okay aber das ist echt schon beeindruckend wie viele sachen man eigentlich noch gar nicht entdeckt hat obwohl man hier schon immer mal lang gelaufen ist was wie wendet allzeit im lich wo immer die d3 sich verstecken die wächter von stända wandelt allzeit im lich wo immer die d3 sich verstecken die wächter von stända die gnade von stända erstreckt sich nicht auf die d3 anbieter war wieder ein drach da hinten krass na gut jetzt muss man mal gucken wo er dir der höhlen eingang ist so schauen wir mal so fährt hier dass sie nicht vom drachen töten du hast meine menge gekostet eigentlich wollte ich noch verkaufen gehen eigentlich egal ich weiß drauf bruchzahlen was weiß ich für eine höhle jetzt reicht's aber hier kann ja wohl nicht wahr sein meine herren meine herren doch mal ich habe jetzt gerade am ganzen körper geht es auch blutige lumpen sind wieder von biere ich mag das nicht ich mag keine von biere oder wir sprechen schon mal nachher siehst du küsse adept das sie sind ne de würdst du mich rollen was stimmt das ist adept hallo jetzt mache ich auf die kiste so ich war sein vulkan glas mächtiger seelstein urkischer zweihänder der freiheit feigheit kreaturen bis zu für 30 sekunden aus dem kampf der wiegt 18 nein immer viel oder ist eine menge wert wenn er mal mit ach so ich wollte jetzt objekte waffen unsere axt ladung so noch eine ohne fahrschein papier rüstung der geringen beschwörung die ich nicht viel die nehme ich mal mit elfen kriegs axt ok jetzt haben die ja eine menge bücher die sache ist ja die wir haben früher 10.000 bücher mein gott ok freunde wir machen das jetzt in der folge so wir machen die quest fertig und anschließend werde ich eventuell nach der folge da seid ihr nicht dabei illusionen verbessert auf 19 schon mal sehr nice alles bin ich schon zu schwer alles weg sortieren und weg bringen und ich glaube das müsste jetzt nicht jedes mal mit an und schlosskacken verbessert auf 69 krass ist ja du trägst zu viel ach komm herauf jetzt trage ich schon wieder zu viel meine güte die haben wir auch noch absorbiert die lebensessenz deiner feinde wird durch das blut der täuschung verstärkt 300 werden eben noch irgendwas starb sanguis rosa beschwört für 60 sekunden einen tremora ach krass hier siehst du das hat nämlich tausend vulkan glas spät ok dann lassen wir den mal hier ablegen aber hier sagen rosa beschwört für 60 krass so jetzt sagen wir nicht mehr so viel das ist ja krass richtig krass was haben wir hier drin eine kapuze zu behalten so drei gold nehmen wir auch mit so jetzt hier mal in die truhe elfenfeil gold eben erz durch gut ich würde sagen die quest haben wir hier drin zu feuer überbringe das buch zu feuer so ein holzschalter papier rolle kostet brauchen wir nicht okay ich würde sagen damit haben wir das ding aber durch oder so groß war es jetzt gar nicht denn jemand dann gehen wir zurück krass ich möchte unbedingt immer hier mal werden ehrlich warum nicht so so siehst du das steht jetzt auch abgeschleppt auch ich hoffe wir können jetzt schnell reise machen ja wie geht gott sei dank freunde gott sei dank so wieso alle der leistung müssen irgendwie hoch die ich finde es geht sogar wo ist er mal jung wo bist du ach komm schon ach dann eben nicht er ist halt manchmal ist das ein bisschen dumm gemacht wenn jetzt auf einmal trage kommen dann musste erst hoch und wenn du oben bist dann ist er weg ist schon komisch ich brauche immer noch hilfe wenn ihr die zeit er übrigen könnt ich bin recht erfreut ja ja ich nicht guten tag freund geht es euch gut die ist kalt lasst mich alle in ruhe geht weg da wieder durch einmal hoch einmal runter einmal rüber furchtbar warum wir kommen doch eigentlich auf der gleichen etage wieder aus ist echt so verwirren das wahnsinn jetzt laufen wir ja noch eins runter das haben wir ja dann hier macht hat fried grüßte ich das gesamte wissen hier scheint noch in einem stück zu sein ja war es noch viel wichtiger das buch ist es auch danke viel wichtiger das buch ist es auch 30 gold also gut ich werde die ort festung wissen lassen dass man euch vertrauen kann nun solltet ihr dort willkommen sein möge euer nächster kampf siegreich sein mein freund ach krass cool danke es gibt noch mehr bücher die gerettet und hier im arkaneum untergebracht werden müssen okay an gefährlichen dinge bin ich bin bereit für also gut hier ich habe euch den namen des letzten autos aufgeschrieben seht euch dort oben aber seid vorsichtig alles klar finde ich so laufvoll als zu was beschwörung buchtsnotizen zugefügt bücher schrift rollen ich bin sicher dass ihr etwas nützliches finden werdet alles klar okay nice das ist ja schon mal heftig oder nee das ist echt heftig juhu ach ja tja leute ne 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 und ich habe schon so viel mit ich kann nichts aufheben eine straffenssäle aufgenommen so danke da wollen wir mal ehrlich jetzt schreie schreie wir haben sieben drachen sehen ach du scheiße was ist das deine stimme ist kein schrei sondern ein wispern das die lebenskraft aller freunde und feinde enthüllt ok krass so entwaffnen schrei schlägt stahl du entreißt einen gegner die waffe geil hier ziel verlangsamen schrei schrei die zeit an und befehle ihr zu gehorchen dann steht die welt um dich herum still ach krass und das jetzt hier wirbelwind entwaffnen hier ok das ist geil äh schrei schlägt stahl du entreißt einem gegner die waffe das ist doch geil oder ne mal ehrlich ok wie nice aber wir brauchen noch so viele schreie aber krass wir haben schon mal jetzt ein bisschen was wieder ok einen drachen hatten wir auch so jetzt müssen wir aber erst einmal pass auf jetzt gehen wir zusammen zur liebesgilde wir müssen verkaufen äh hier sind auch noch so viele sachen ja was haben wir hier oben festung dämmerwacht oder was ach du scheiße das ist ja wahnsinn ne ehrlich das ist wahnsinn was du hier alles so ähm ne entdecken kannst du und so ne das ist schon echt krass so freunde nee wir machen das jetzt schnell in der liebesgilde ich hoffe schnell ist schnell auch schnell denn mir läuft die zeit davon deswegen sind die folgen die jetzt rausgekommen sind äh und mit einschließlich dieser hier äh alle ein bisschen kürzer wie gewohnt nehmt so nicht für übel das ist halt manchmal ich muss halt gucken wie ich es mit der zeit immer hinkrieg und ansonsten schauen wir mal dass wir vielleicht die nächsten die nächsten folgen wieder etwas länger müssen wir mal schauen je nachdem so wie viel die hat wieder 1000 gold ok das heißt wir können nämlich nicht den ja die da starb der eisstürmer spitzhacke oder die rosa eisenpfeil eben erzklingen ne 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 eben erzdeutsch eben erzbogen abgeschorene pfeil so nochmal kleidung diebes 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 mhm das ist kein weg das ist kein weg das behalte ich die vampir sache behalte ich mal zwergenstiefel der stärke die tragfähigkeit wird um 35 den machen wir kaputt ja siehste das ist nämlich jetzt musst du halt aufpassen ne die rollen würde ich jetzt vielleicht mal lassen essen so dann haben wir zutaten dann haben wir bücher und sonstiges so amnettist ach komm hau weg eisenbahn eisenerz gewöhnlicher granatstein ach normalerweise brauchen wir alles nicht zu verkaufen ehrlich pferdefell brauchen wir alles selber silbererz maragd muuspilz das ist scheiße ok kommen wir noch irgendwas wenn nicht haben wir die ebenerz äh hier ebenerz was reichen 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 verkauft eben eisstirn und spitze ja das ist auch wir hatten doch noch oder ist das die klinge wo das die klinge ich weiß es gar nicht eben als solche ist er doch hier die können wir noch verkaufen so rede kurz vor bis auf 42 sehr schön gut bis zum nächsten mal wir haben ja auch noch die diebesgilde die immer voranbringen müssen ne langweilt ihr euch ja 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 gut was auf ähm war eine der besten die ich in den letzten jahren dann meint man die folge jetzt hier und in der nächsten folge es kann sein dass ich in der nächsten folge nicht mal hier stehe weil ich werde dann zwischendurch äh noch äh rüber gehen ins haus und werde da ein bisschen vielleicht einsortieren und da werde ich euch nicht mitnehmen ich ziehe den kürzeren wenn es gerade mal gut läuft nein danke Alter das ist die Silze ne das ist aber furchtbar haha aber ich danke euch fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr auch in der nächsten folge wieder einschaltet äh äh wenn es heißt ihr doch es kommt zu Skyrim mit mir denn hier mal und ja ansonsten bis dahin ciao ciao